Ja, nicht nur in Excel, sondern auch in Word kann man in tabellarischen Auflistungen Sortierungen vornehmen. Ich könnte jetzt also hergehen und könnte sagen, Tabellentools, Layout sortieren. Und dann wird mir hier entsprechend vorgeschlagen, Spalte 1. Ich möchte aber hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, die sechste Spalte haben. Wir haben hier ein Typus Zahl drin und das Ganze soll aufsteigend sortiert werden. Ist es hier schon, darum mache ich jetzt ein Absteigen draus. Und dann habe ich hier jetzt die Tabellensortierung andersherum. Was ich nicht wollte, war, dass die Kopfzeile hier mit sortiert wird. Also nochmal zurück, sortieren, Spalte 6, Zahlen, absteigend. Und jetzt muss ich allerdings dazu auswählen, die Überschrift, also die erste Zeile dieser Tabelle enthält eine Überschrift. Und wenn ich jetzt auf OK gehe, dann wird mir hier nur ab der Zeile 2 sortiert und auch absteigend. Das Ganze kann ich aber auch mit anderen Spalten machen. Ich kann also sagen, ich möchte die Vornamen alle sortiert haben. Ich kann auch die Spalte hier markieren. Dann gehe ich auf Sortieren. Die Spalte 3 ist hier dann bereits ausgewählt. Wir haben hier einen Text drin. Wir sagen hier aufsteigend. Überschrift müssen wir hier entsprechend wieder auswählen. Und dann habe ich hier oben V-Vornamen. Das wird hier nicht sortiert. Aber es fängt an Anna, Claire, Rainer. Hier wird entsprechend wieder die Sortierung vorgenommen. Und dann habe ich hier oben.